Dann werde ich halt auf der anderen Seite auch zur Halbzeit. Vielleicht nehme ich mir das zu Herzen. Jetzt muss ich erst mal gegen Umut noch mal ran. Der hat neun Punkte, ne? Umut kann überhaupt ein Erster werden. Nee. Oh, da geht es jetzt um alles. Ich bin Korverhältnis. Jetzt wird reingeschnitzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ist Korverhältnis oder direkter Vergleich? Ist direkter Vergleich. Okay. Alright, Umut, ich habe schon gesehen, du hast mich eingeladen. Weißt du, ich habe meiner Community gesagt, hast du schon gehört? Ja. Mein Hauptziel, natürlich, wie immer, gewinnen. Und mein optionales Ziel ist, Umut den Umutpass reindrücken und ein Tor machen. Okay, okay. Ich bin bei mir die Nase. Gut, my friends. Ein letztes Game. One last ride. Der Pink ist noch auf Toiletsky. Ich gebe mein Bestes, my friends. Ich verspreche es euch. Let's go. One last ride. Okay, gut. Dann schauen wir mal, wie das hier läuft. Also auf jeden Fall auf die Unmutpässe aufpassen, my friends. Das ist mal das allererste. Ja, es laggt ein bisschen, aber ich finde die Verbindung okay. Na, na. Oh, nicht nur. Oh. Egal. Ich überlasse das Unmut. Also es ist schon hammerhart, aber die Außenverteidiger sind der Schlüssel, my friends. Wenn ihr die durchschickt, könnt ihr Meta machen. Scheiße. Aber wenn ihr die durchschickt da oben, dann könnt ihr Meta machen. Und wenn ihr Meta macht, dann könnt ihr vorne kombinieren. Ich bin ja nie rausgekommen von diesem Gepresse. Das war sehr schön gemacht, Leute. Das war eigentlich ein 1-0. Aber wenn Totti Mbappé mitten auf meinen Torhüter schießt, dann kann man schon mal sagen, what is happening here. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie lächerlich. Das ist so lächerlich. Es ist so hart. Weiter geht's. Egal. Aber ohne Scheiß. Ich habe so viele Tore so kassiert, weil Leute auf Glück geschossen haben aus Spitzenwinkel. Und der, wisst ihr, das? Egal. Fokus. Weiter. Weiter. Aber jetzt bin ich da, Leute. Ich bin zumindest da. Ich habe Vertrauen gefunden in der Fünferkette. Fiverkette. Schau mal. Fiverkette tut mir gut. Fiverkette tut mir echt gut, Leute. Ich komme zumindest nach vorne. Ohne, dass ich totgepresst werde. Umut passt, Leute. Wir lernen vom Meister. Ich habe gewusst, dass es passiert, aber ich konnte es nicht irgendwie verteidigen. Aber schau mal, das macht Umut sehr gerne. Stehenbleiben und dann den. Den werde ich bemerken. Ist aber okay, Leute. Er hat vorhin schon eine große Chance gehabt. Weiter geht's. Ey, das ist, also, es ist okay. Wirklich. Klar lagts und so, aber wir nehmen es einfach, wie es kommt. Was war das denn? Oh Gott. Das mit der Schusstäuschung ist auch gut gemacht. Das ist okay. Ich will zumindest jetzt nicht diese völlig hilflose, versteht ihr? Das lässt sich natürlich nicht geil spielen, aber ich bin zumindest mutig. Und ich weiß, dass halbwegs mal... Oh mein Gott, ey! Ja, das war ein Unmutpass, sehr gewagter Unmutpass. Das, ach, ich muss aufpassen bei sowas. Also, jetzt will er mich, he wants to take me to Unmut school. He, 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 nächstes Mal habe ich ihn. Ich schalke es euch, nächstes Mal habe ich ihn. Ein drittes Mal wird er hier so nicht rauslaufen. Schau mal, der Außen, siehst du, der Außenverteidiger? Das ist schon sehr, sehr geil. Dann musst du halt ein bisschen nach hinten und dann wieder in die Mitte und dann wieder nach außen. Hey! Außenverteidiger war das. Das ist bitter, sowas. Sag mal... Oh mein Gott. Ah, ich dachte, der läuft weiter. Okay, ich muss mich wieder konzentrieren. Ich versuche auf Krampf die Unmutpässe zu machen gegen ihn. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so... Man ist motiviert, wenn man gegen Unmut spielt, einen Unmutpass zu machen gegen ihn. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie fühlt sich das so geil an. Ach, übertreibst nicht Unmut, komm. Da, jetzt wollte ich ihn schon wieder machen. So, jetzt wieder Fokus. Der kommt gut. Miyagi-Boost. Miyagi-Boost. Das ist gefährlich, sowas. Fiver-Cat. Sehr gut. Come on, guys. Come on, ist noch alles drin. Alles drin. Es geht. Es geht. Wir schwitzen. Fiver-Cat ist in Ordnung. Fiver-Cat ist in Ordnung. Man kann zumindest schwitzen. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen, aber wer weiß das schon, wenn du gegen die Brocken spielst. Handwerker? Nein, nein. Nein. Ich habe versprochen, ich wechsle Tim Handwerker nicht an. Das wäre nicht okay. Das wäre nicht okay, Leute. Das ist, was ihr einmal jemandem sagt oder wenn ihr einmal euer Wort gebt, dann niemals euer Wort brechen. Es ist ein bisschen anstrengend, so zu spielen, auf jeden Fall. Definitiv. Die Legs vor allem machen es sehr anstrengend, aber es ist okay. Man kann kämpfen. Ich finde jetzt. Ja! HAAAAAAH! HAAAAH! HAAAAH! What is happening? Optionales Ziel und damit das ehrenhafte Gesamtziel erreicht, um einen Unmutpass zu drücken, my friends! HA! Kuss geht raus, mein Lieber! HA HA HA! Ich werd nicht mehr! Ich werd nicht mehr! Keile! Let's go! Er lebt! Er lebt, Leute! Ey, das ist eine Frechheit! Das ist eine Frechheit! Ist mir egal! Dieser Pass ist eine Frechheit! Ich lass mich nicht von meiner guten Laune abbringen! Dieser Pass war ein völlig verpackter Scheiß! Wenn ich euch später zeige mit dem Pfeil, werdet ihr sehen, wo ich ihn gezielt hab! Aber egal! Ich lass mich da von meinem guten Gefühl nicht abbringen! Egal! Weiter geht's! Weiter geht's! Das ist gut, Leute! Das ist gut! Das ist gut! Genau die Einstellung muss an den Tag gelegt werden! Come on! Ich will auch nicht sagen, dass es an der Verbindung lag, my friends! Es war einfach eine Scheiße! Ich weiß, dass ich da nicht hingedrückt hab! Ich weiß, dass ich da nicht hingedrückt hab! Ob er jetzt Miyagi Buß macht gegen dich? Ich weiß es nicht! Kann ich schon sehen! Ja! Hol es! Was passiert hier, Kugeln, alle herum. Ohne Scheiß, die Verbindung ist so kacke, aber ich kämpfe um mein Leben. Oh, das ist so gefährlich. Man muss einfach schneller mit der... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer erwacht hier? Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Das wollte ich echt nicht. Ich schwör, das wollte ich nicht. Das war durch mein Feiern, ich wollte nichts jubeln. Sorry. Aber was ist los? Zwei Umutpässe! Zwei Umutpässe! Er erwacht zu neuem Leben, my friends. Fünferkette! Fünferkette! Na, so werden wir spielen. Ich krieche aus dem Loch. Was ist das für ein Pass? Also, Unmut jetzt mal ernsthaft. Wirklich, Unmut. Hand aufs Herz. Es ist okay. Es ist okay. Okay. Er hat am Anfang Chance gehabt, aber das ist jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Also, ich muss ehrlich sagen, das ist sehr ärgerlich. Zwei Tore, die so passieren. Naja. Und zurück ins Loch. Egal, Leute, ich bin motiviert. Wir nehmen das alles mit bis in die nächsten Games, in die nächsten Tage, Wochen. Oh, das war nicht schlecht gedacht, Leute. Ich bin mutig. Firmino ist wirklich, Firmino ist Wahnsinn. Oh, mein Gott! Oh, mein Wuppe! Wir haben die Special Guys! Er kommt! Er kommt, ey! Er kommt! Wer ist hier zu alt? Wer ist zu alt, Alter? Wer ist zu alt? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ey! Oh, mein Gott! Upside! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich schwöre euch, solche Pässe... Komm, der ist ja belungen dich. Ich habe nichts gedrückt, Leute. Warum in der 90. Fokus? Ich habe wirklich nichts gedrückt. Er hat den einfach First Touch verkackt. Er wollte Doppel R1 machen. Mir sei jetzt fokussiert den letzten Angriff. Wie konnte er mich weg-tacklen? Wie konnte er mich von da hinten weg-tacklen, Leute? Wie konnte er mich von da hinten weg-tacklen? Wisst ihr, wie oft das ein Elfmeter ist? Ich wollte gerade schießen und der tacklet hinter meinem Rücken mich weg. Alter Verwalter. Alter Verwalter. L2, ne? Ja, mein Fehler. Ja, hast recht. Junge, Junge, Junge. Ja, Hammer. Ja, Hammer. Ja, Hammer, ey. Hammer, ich bin doch noch nicht ganz im Loch, Leute. Nein, ich habe die Tore nicht angesehen. Ich habe mir die Tore nicht angesehen. Schade. Scheiße, schade, Leute. Tut mir leid, ich habe weggeklickt. Ich war zu euphorisch gerade. Ich war zu euphorisch. GG an Unmut, Leute. Und war das der Mirza, den ihr sehen wolltet? Ist das euer Mirza Miyagi? Ist das euer Mirza? Ist das euer Mirza, der noch nicht ganz im Loch ist? Er ist noch nicht ganz im Loch. Er hat die Formation gefunden. Und er kommt wieder. Und er kommt wieder. Und nächstes Mal, da schaut es anders aus. Nächstes Mal, schaut es anders aus, Leidl. Nächstes Mal von Anfang an mit der Fünferkette. Da schaut es anders aus. Da schwitzt man. Da schwitzt man. So ist das. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals für die Unterstützung. Hammer! Ich schaue mal rüber, was die da so sagen. Ja, Unmut. Unmut, GG, Mann. GG, Mirza. Du hast mir einen gedrückt, ne? Zwei sogar. Ne, einen richtigen. Aber der zweite war so ein Dreieck. Ja, ja. War das ein Tor, oder? Ein Tor ist mir auf jeden Fall. Ne, also das erste, das 2-1. Und dann das 3-2 war ja auch ein Dreieckball. So, wo du wolltest den rausziehen. Der zweite war dieses Richtige schon, ja. Das erste Tor war irgendwas, Alter. Aber gut, du hast das auch wieder... Ich dachte auch schon, auch Mülltor, weißt du, deswegen passt. Boah, war so geil, ey. Ich bin so abgegangen. Das hast du doch Bock gemacht gegen dich, ohne Scheiß. Hammer! Hat super Spaß gemacht, ja. Definitiv.